Die Handhebel-Niezange hier hat ein paar spezielle Ausstattungsmerkmale, die wir uns jetzt mal im Detail ansehen. Aber erst mal zu den Fakten. Die Blind-Niezange ist 315 mm lang und deckt im Aluminiumbereich die Größen bis 6,4 mm ab und im Stahlbereich bis 4,8 mm. Möglich wird dies durch den innovativen Mechanismus hier im Kopf, der einen viel geringeren Kraftaufwand nötig macht. Zudem, der Werkzeugkopf wurde extrem schmal gehalten und jetzt kommt das Innovative. Die Mundstücken sind ohne Werkzeug austauschbar. Einfach die entsprechende Größe aus dem Griff herausschrauben, vorne aus dem Mundstück auch und dann einfach durch das passende Mundstück ersetzen. Eine wirklich geniale Komfortfunktion sind die federbelasteten Griffe. Das heißt, wenn ich vorne meinen Nied einsetze, greift die Zange automatisch zu und der Nied fällt halt nicht heraus. Die abgerissene Nieddorne sammelt die Zange im Auffangbehälter, der zum Entleeren abgeschraubt werden kann.